Herzlich willkommen wieder mit einer Behandlung, diesmal an den Halsfalten oder sogenannte Halsstränge, die Patienten als sehr störend empfinden können, weil es die Vitalität, die Jugendlichkeit und die Attraktivität deutlich einschränkt und hierzu gibt es eigentlich nicht eine so große Sorge, die man haben muss. In den meisten Fällen können wir hier mit einem einfachen Eingriff das wieder vitaler darstellen. Das funktioniert natürlich nicht in jedem Fall, dafür sollte immer ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie die Untersuchung durchführen und dann hat man immer eine richtige Empfehlung.